Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ja heute zeige ich euch ein Speed Coding beziehungsweise im Hintergrund ist das ganze schon gestartet. Das ganze ist jetzt noch im normalen Speed aber wenn ich aufhöre zu reden wird das ganze auf das Vierfache des normalen Speeds beschleunigt und ja ich wünsche euch dann viel Spaß bei dem Video und ja im Hintergrund seht ihr halt Basics Plus mein eigenes Essentials nirgends mal so dass ich halt selbst entwickle wo ich später halt auch größer werden soll und heute code ich halt da den Game Mode Comment, den Infzee Comment und den Home Comment und ja wenn ihr gerne downloaden möchtet das Programm könnt ihr halt gerne einmal in die Videobeschreibung gucken da ist auch ein Link zum Download oder ihr schaut halt auf GitHub da könnt ihr sogar den Source Code downloaden und der wird halt aktuell veröffentlicht das ganze was ich jetzt gerade veröffentlicht habe wäre Version 0.3 und wie ihr seht es ist 0.3 das heißt es dauert noch ein kleines bisschen bis Version 1 rauskommt und erst mit Version 1 ist aus meiner Sicht das Plugin komplett vollständig. Na gut ich will euch nicht weiter stören viel Spaß beim Video zu sehen und bis dahin tschüss und bis zum nächsten Mal Sehen wir dann hier mal zum Holland und bis zum Tag bei den was ab Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.